So, hi Leute, willkommen zu Let's Play Minecraft 016, müsste es sein, wenn ich mich nicht irre. Ich mache jetzt nur noch 10 Minuten Part, weil es leichter für mich ist. Ich nehme die alle nochmal auf, also das aufgenommene, damit die eine schlechte Qualität haben. Manche sagen, das ist unnötig, das geht auf 4 einfach, mir egal. So, es kann sein, dass es hakt, denn das wollte ich euch hier nochmal zeigen, deswegen starte ich auf den Bildschirm hier. Mods, Optify, Minecraft Coder, Pack, Forge, Mod Loader, Minecraft Forge, Mod Rames, Minimap, Animal Bikes, More Explosives und Paintball. Also, das könnte ein bisschen haken. So. So, ja, aber jetzt auch mit meiner Kraft, natürlich nicht den echten, das gibt es ja für die Version nicht, vom Worms Boy 1. Und jetzt natürlich mit den schönen Shadern, ja. Wir sind, ja, also damit hatte ich die letzten Tage ganz schön viel Arbeit. Und den letzten Tag, das musste ich nämlich alles neu installieren, denn ich habe Minecraft Forge ziemlich zum Schluss installiert. Und das hat mir natürlich nun alles zerhauen gehabt. Und da stand dann Minecraft Has Crash, Blabiblu. Konnte ich natürlich nicht mehr so leicht rausziehen. Ja, ich zeige euch das jetzt mal mit den neuen Texturen. Das hier sieht eigentlich gerade ziemlich dunkel aus, aber hier wieder schön, jetzt ist Lars. Ja, ich finde das so gar nicht schlecht. Ich habe auch gar nichts geplant. Ich finde, wir ernten das Feld ab. Ja. Für die Zeit mache ich schon meine Items mal. Hallo? Aus? So, ist gerade sozusagen Mittag. Dann gucke ich noch mal friedlich, wie immer. Wir sind ja hier, boah, nicht so die Kämpfer, ne? Ernten wir denn doch einfach mal. Ja, aber doch noch nicht. Was, Herr? Das sieht so aus, als würde das Ding da hinten aufhören. Was, für Arschen? Achso, wollte ich schon sagen. Das Ding ist doch nicht nur so breit. Ja, da haben wir uns viel zu viel Aufwand gemacht. Anstatt, dass wir einfach hier gemacht haben und die nicht einfach so einfach nur an die Wand geklatscht hatten, ja. Okay. Holz haben wir sehr viel übrig. Darüber freue ich mich eigentlich auch. Da fahr ich mich gerade einen Keks. Ich freue mich gerade einen Runden Keks und beiß die Ecken ab. Ja, das geht. Ähm, ja. Okay, ein, vier. Die Zäune, die sind... Ja, die Zäune sind über. Erde. Das... Scheiße. Stein brauche ich auch nicht. Ja, dann ernten wir mal die Felder. Ich laufe gerade so, weil ich mich gerade mal gekratzt habe. Darf man ja auch mal bei den Let's Play machen. Und letztes Mal ging das so schnell zu Ende, dass auf einmal boom, aus war. Weil, dann habe ich mal ausnahmsweise bei den Let's Play auf die Uhr geguckt und gesehen, scheiße, ich muss in der Viertelstunde mal im Fußballtraining sein. Ja, ich spiele Fußball. Spielt fast jeder. Aber egal. Joa, jetzt sind wir mal wieder bei der Erntezeit. Kennt ihr das Video noch? Ich kenne es noch. Ist ja noch nicht so lange her. Joa, ne? Ich kenne... Ich kenne mehrere, die sich freuen, dass ich jetzt mehr hochlade. Und jetzt bin ich auch wieder dazu gekommen, mehr hochzuladen. Ja, Virus vom PC runter. Da könnte ich auch rein theoretisch wieder hochladen. Aber jetzt ist natürlich... Könnt? Jetzt ist es natürlich so... Die Frage so ein bisschen, ob ich mir das irgendwie durch die Mods eingefangen habe. Also, ob das nun so... Na, egal. Scheiß drauf. Obwohl Norden drauf ist. Kennt ihr ja alle. Wenn nicht, ist so ein PC-Schutz-Sicherheitsprogramm wie McAfee. Und von Caperski gibt es doch auch noch dieses Antivirus-Teil. Aber ich bin kein Dauerzocker. Das bin ich nicht. Also, ich nehme jetzt nicht jeden Tag auf. Es gibt noch keine Folge 20. Juhu, juhu, juhu. Die habe ich noch nicht aufgenommen. Aber werde ich heute auch nicht machen. Was mache ich da eigentlich? Überlege ich mir während des Let's Plays hier. Was ich Folge 20 mache. Nö, in Erkundung. Nein, das war schon Folge 10 hier. Ja, ähm... Scheiß, scheiß drauf. Machen wir Folge 20 eben kein Special. Scheiß auch auf Special, ey. Nein, ähm, ja. Mal gucken. Ob das nun so nötig ist, aus Folge 20 nun ein Special zu machen. Das ist ja nichts Besonderes. Folge 10. Das war schon nicht schlecht, weil es die ersten 10 Folgen waren. Da habe ich ordentlich gestaunt. Eigentlich habe ich gedacht, ich mache überhaupt nicht Minecraft. Bis wieder in der liebe BT Studios 1 von Bandicam erzählt hat. Also ich wollte schon das mal machen, aber... Der hat mir das dann erklärt, auch gleich eingestellt und so. Ja. Und ich wusste gar nicht, dass ich ihn auf die Idee gebracht habe mit den Minecraft Videos. Die hat er auch schon wieder rausgenommen. Ich habe davon nichts gesagt. Wir haben nur ein paar Adventure Maps gespielt und versucht, die aufzunehmen. Ja, und dann hat er sich das erste Mal bei sowas versammelt. Ne, das zweite Mal. Weiß noch, als wir... Falls du das Video guckst, als wir einmal versucht haben, New Super Mario Bros. V aufzunehmen, dass du dich denn auch versammelt. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist... Also da hat er eben seinen Namen gesagt. Ja, und als wir das aufgenommen haben, hat er eben meinen gesagt. Und das wäre dann eben katastrophal gewesen. Ja. So, Megakatastrophe wäre es... Na, doch, doch. Das wäre eine Megakatastrophe. Für jemanden wie mich. Ja. Äh, du bist ja wohl scheiße. Ach, dann sieht man schön die Schäder. Ja, ne? Beim Wohlen auch. Ja, die Sterne sehen auch geil aus. Ich habe auch erst mal kurz überlegt, ob ich mit dem Shader-Pack-Spiel... ...was für Shader-LP gemacht wurde, aber das hakte mir dann doch zu viel, denn ich habe hier irgendwie... mir ist runtergeladen... da gab es ja noch irgendwie... da stand dann für Shader-LP... naja... ...was für manche Let's Player so gemacht wird... Oh, Scheiß, jetzt habe ich mal wieder Werbung gemacht für jemanden, den ich gar nicht kenne. Ach so, jetzt hat das da jetzt auch an, wo ich das machen kann. Das finde ich ja geil. Seth, finde ich ja cool, ne. Ja, was haben wir jetzt da? Wahrscheinlich, ja. Das war... Vielen Dank.